Hallo zusammen, mein Name ist Niere Schiebli, ich mache die Lehre als Konstrukteur bei die Imperia Systems in Schöfland und ich zeige euch heute meinen Arbeitstag. Kommen doch gleich mit. Als Konstrukteur bei die Imperia Systems AG ist man ein kleiner Erfinder. Wir entwickeln alle Maschinen von Grund auf neu und konstruieren die Anlage für unsere Kunden, die sie so auf dem Markt mit zu kaufen gibt. Es ist wichtig, dass man die Zeichnungen korrekt macht und genau arbeitet. Auch technisches Verständnis, räumliches Vorstellungsvermögen und Spass an der Arbeit am PC sind ganz wichtige Voraussetzungen für den Beruf als Konstrukteur. Bei uns arbeiten alle Mitarbeiter der verschiedenen Abteilungen Hand in Hand. So bekommt man auch einen Einblick in die Arbeit des Steuerungsbaus und der Montage. Das macht die Arbeit sehr spannend und abwechslungsreich. Es macht Spass, die Maschinen in der Entstehung von der Planung bis zur Montage zu begleiten und einen Teil des Ganzen ziehen zu können. Ihr habt jetzt noch einen kurzen Einblick in die Lehre als Konstrukteur bei der Imperia Systems. Habt ihr jetzt Lust auf mich, dann bewerbt euch und werdet ihr Teil von unserem coolen Team. Das war Vielen Dank.